Wenn du auf der Suche nach einer hochwertigen Haarschneidemaschine bist, um professionelle Ergebnisse zu Hause zu erzielen, gibt es heute eine große Auswahl an leistungsstarken Modellen. In diesem Vergleich werfen wir einen Blick auf 5 beliebte Haarschneidemaschinen, die sowohl durch ihre Leistung als auch durch ihre Benutzerfreundlichkeit überzeugen. Egal ob du nach einem Gerät für den regelmäßigen Haarschnitt suchst oder ein präzises Styling erreichen möchtest, diese Modelle bieten dir die Flexibilität und Kontrolle, die du brauchst. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Das erste Modell ist die Jack & Rose Haarschneidemaschine, die sich durch ihr schlichtes Design und ihre einfache Handhabung auszeichnet. Dieses Modell eignet sich besonders für Einsteiger und bietet alles, was du für einen gründlichen Haarschnitt zu Hause benötigst. Mit einem leistungsstarken Motor und scharfen Edelstahlklingen kannst du mühelos verschiedene Haarlängen schneiden. Die verstellbaren Kammaufsätze ermöglichen dir präzise Längeneinstellungen und der kabellose Betrieb sorgt für maximale Bewegungsfreiheit während des Schneidens. Das Gerät ist leicht und liegt gut in der Hand, was den Komfort bei der Anwendung erhöht. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Weiter geht es mit der Philips Series 9000, einem der fortschrittlichsten Haarschneider auf dem Markt. Die Series 9000 bietet innovative Technologien, wie die Präzisionsradfunktion, mit der du die Schnitthöhe auf dem Millimeter genau einstellen kannst. Das digitale Display zeigt dir die genaue Länge und den Akkustand an, sodass du die volle Kontrolle hast. Mit den selbst schärfenden Klingen aus Edelstahl bleibt dieses Gerät dauerhaft scharf und bietet dir eine gleichbleibend hohe Leistung. Besonders hervorzuheben ist der leistungsstarke Akku, der nach nur einer Stunde Ladezeit bis zu 120 Minuten kabellosen Betrieb bietet. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Der Babyliss Super X Metal Series Haarschneider ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen professionellen Look zu Hause erzielen möchten. Dieses Modell kommt mit einem robusten Metallgehäuse und ist sowohl für kabellosen als auch für kabelgebundenen Betrieb geeignet. Die Klingen sind präzise gefertigt und bieten dir eine außergewöhnlich saubere Schnittleistung. Mit einem leistungsstarken Motor und mehreren Kammaufsätzen kannst du mühelos verschiedene Frisuren und Längen ausprobieren. Der Super X überzeugt durch seine Langlebigkeit und den starken Akku, der bis zu 120 Minuten kabellosen Betrieb ermöglicht. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Als nächstes haben wir die Wahl Cordless Magic Clip, die von Profis auf der ganzen Welt geschätzt wird. Dieses Modell ist bekannt für seine exzellente Schneidleistung und eignet sich besonders gut für Übergänge und Fades. Die Klingen sind speziell entwickelt, um präzise Schnitte zu ermöglichen und können individuell eingestellt werden, was dir mehr Flexibilität beim Schneiden gibt. Der Akku bietet bis zu 90 Minuten kabellosen Betrieb und das ergonomische Design sorgt dafür, dass das Gerät auch bei längeren Sitzungen bequem in der Hand liegt. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Schließlich schauen wir uns die Panasonic ER DGP88 an, eine Haarschneidemaschine, die besonders durch ihre Präzision und Vielseitigkeit besticht. Das Gerät verfügt über die neueste Linearmotortechnologie, die dafür sorgt, dass die Klingen unabhängig von der Haardichte stets mit konstanter Geschwindigkeit arbeiten. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger Schnitt, der selbst bei dickerem Haar mühelos gelingt. Die Carbon-Titan-Beschichtung der Klingen sorgt für Langlebigkeit und scharfe Schnitte über eine lange Zeit. Mit verschiedenen Kammaufsätzen und einer präzisen Längeneinstellung ist dieses Modell perfekt für jeden, der Wert auf einen professionellen Haarschnitt legt. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung.